Ja, okay, dann heilen wir uns hier erstmal. Und ich glaub, wir haben alle Schrifttafeln. LP und MP wieder hergestellt. Prinzessin, Länder, welch ein Glück. Ihr seid unverletzten Anu. Was ist das für ein Buch? Nein. Okay, ich dachte, die hätten gemerkt, dass wir alle Tafeln haben. Aber anscheinend haben sie das nicht. Oh, jetzt greift der Sack auch noch von hinten an. Ich krieg ja wohl echt einen zu viel. Jetzt greift er auch noch mit seiner Klinge des Todes an. Kerl. Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Hm, ja, Phönix, komm, probieren wir den doch mal. Nicht wirklich viel, ne? Ja, okay. Das war's für heute. Der Typ ist mir komplett suspekt, aber wenn man so richtig sass. Das war irgendwie stupid, oder? Weil der kann nicht wiederbelebt werden. Ah, okay, ist egal, wen ich anwähle. Ah, Alter, die. Piece of shit. Danke, tschüss. Der nervt vielleicht aber auch was, ne? WD3 der Waffen und die Tafel wird die Siegel öffnen. Yeah. So, dann nehmen wir doch mal einfach alles, was da noch übrig ist. Runen-Axt-Siegel öffnen, ja. Zing, zing, zing. Jetzt ist mir die Hand gestoßen. Egal, wir haben die Runen-Axt. Is nice. Is nice. Was haben wir hier? Heiligen Speer, jawohl. Ex-Calibra haben wir ja schon, von daher. Meuschel-Mörder-Dolch. Zing, zing, zing. So, jetzt zerreißt das Ding. Aber wir haben ja noch drei Tafeln, also who cares. Bäh. Ja. Nächster. Wähle drei der Waffen und die Tafel wird die Siegel öffnen. Yes. I bet so. Gaia-Glocke. Yes. Das sind so die letzten Dinger, die wir einsetzen, weil diese Berufe haben wir überhaupt nicht geskillt. Gaia-Glocke. Da ist die Harfe. Harf E. Apollos Harfe öffnen. Open. Wer auch immer Apollo ist. Begs und Bob. Nein, Quatsch. Okay. Markus Rute. Oder? Was steht da? Markus, ne? Markus. Ja. Markus. Markus Rute. Yeah. Okay. Äh, das war's. Jetzt haben wir noch die anderen drei. Okay. Siegel öffnen und so. Beisenstab. Yes. Die SM-Peitsche ist next. Wow. SM-Peitsche. Feuerpeitsche, meinte ich doch. Sehr legendärisch. Und. Yoichi's Bogen. So, das war alles. Jetzt macht's poff. Dann können wir wieder rausgehen. Gefühlt. Dass der aber auch immer noch auftaucht, ne? Tschüss. Kein Bock auf dich. So sieht's aus. Keine Zeit für die Scheiße. So, jetzt haben wir ja wohl alles. Leute, ihr merkt das immer noch nicht. Okay, nein. Alles klar. So, jetzt müssen wir eigentlich den letzten fatalen Ort aufsuchen, ne? Frage ist, wo's der Scheiß? Also erstmal gehen wir uns nochmal ein bisschen eindecken, ist ja klar. Aber. Items, sis. Wuppdi-doo. Weltkarte. Ja, ich glaub da, ne? Okay. Trotz alledem gehen wir jetzt erst nochmal ein bisschen irgendwo einkaufen. Da, wo's Easy Access zu allem gibt. Easy Access zu allem. Ja, das ist halt echt schwierig hier, ne? Ja, vielleicht hier. Gucken wir mal. Ah, jetzt kann man hier sogar vorbeilaufen. Okay. Quellp. Ah, falsche Richtung. Gut. Auch falsche Richtung. Ich muss einfach da durch. I'm stupid. Ich war so lange nicht mehr hier. Wehe, der hat mich alles. Ja, ja. Die Phönigsfäder hatten sie schon mal. Das ist schön. Ja, im Grunde war's das ja, ne? Ja. Ah, 40 Eter. Was war's? 50 Eter. Anders können wir hier nicht arbeiten. Okay. Äh. Im Grunde können wir auch nochmal kurz übernachten. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch reisen können. Ob wir noch irgendwas vergessen haben oder so. Oder ob es direkt einfach weitergeht. Story-technisch. Das sehen wir dann. Ähm. Ähm. Erstmal wieder raus hier, oh. Joink. Ähm. Bum, 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 bum. Schauen wir mal. Hammer. Selte, Hütte. Sieht alles gut aus. Ich denke, hiermit können wir losziehen. Ähm. Nordöstlich heißt's, ne? Das muss ja dann da oben sein. Ne, das ist die Höhle. What the hell? Wie weit nordöstlich können wir gehen? Nordöstlich? Nee. Wo ist denn der Übergang zu diesem Dingy? Wo war denn das hier irgendwo? Was? Da. Yeah. Was ist das? Das Interdimension. Das ist der Inter... Danke für den Like. Der Interdimensionale Riss. Wir kommen nicht dagegen an. Wir werden hineingezogen. Gut so. Genau dort wollen wir schließlich hin. Bitches. Laguna ist wieder voll Assi. Oh. Okay. Wo sind alle? Hänger, ja. Direkt hängige bliebe. Normal. So, bevor wir jetzt irgendwo hingehen, schauen wir natürlich erstmal hier unten. Es ist keine Musik da und nix, ne? A little bit scary? Wir sind auf jeden Fall im Interdimensionalen Riss. Nein. Pöse. Pisches. Komm, ich muss Bahamut auspackeln. Ah, ah, shit. Bahamut. Wo ist er? Da. Eat it, bitches. Naja, hier siehst du auch nicht wirklich einen Unterschied, ne? Ähm. Ja, eigentlich direkt mal heilen, oder? Hier gibt's nicht mal eine Map. Ich freu mich sowas von. Grille hat's wieder besorgt bekommen. So, wo wollen wir hin? Ja, wahrscheinlich hier, ne? Oh, hui. Nein. Okay. Bleiben wir dabei. Hm, Stricher. Ja, Bahamut wird's euch schon besorgen. Ich hab's mir schwer vorgestellt, aber dass es dann doch so hart wird, würde ich meinen, jetzt geht's noch, aber... Es könnte doch eskalieren, ja? Weil das sind die ersten Gegner, die wir hier sehen. Uff. 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 Oh, no. Ah, ey. Okay. Die sind nicht ganz so hart. Egal, Bahamut regelt das schon. Aha. Nice. Er ist so gut. Ich mag den. Ähm. Uff. So, sonst scheint hier auch nichts zu sein. Abgesehen davon, dass hier total abgefuckt aussieht, ja? Tausend Jahre waren wir gefangen in dem Riss zwischen den Dimensionen. Oh Gott, nee. Boss, oder was? Okay. Sobald die Kräfte des Nichts Ex-Des zu eigen sind, wird eine neue Welt geboren. Eine Welt der Finsternis. Ihr wart lang genug. Ein Dorn im Auge von Ex-Death, unserem Meister. Die Mächte der Finsternis werden euch ein Begräbnis hier zwischen den Dimensionen bereiten. Hoho. Okay. Das war eine Ansage. Vermutlich. Oh. Da kommen wir so leicht nicht wieder raus. Rechts und links sind Kistchen. Ähm. Unabhängig davon, Heilung ist Elementar. Hm. Hi. Todesroulette. Ich hasse dich. Haha. Und. Au. Gut. Tschüss, Laguna. Fuck. Erzengel. Yeah. Yeah. Oh, tschüss. Alles klar. Das war gut. Das, das kann man mal so lassen, ja. Okay, Vitra war jetzt nicht so the Burner. Egal. Eta Algen. Yay. Sinnfrei. Oh, it's you. Prüfling. Ling. Oh, der lebt noch. Hör mal auf, mich an zu visieren. Sonst Pimmelparty. Nice. Okay, das, das hat mir schon besser gefallen. Hüte, leider kannst du nicht mehr davon tragen. Hat sich also gelohnt, diese Kiste zu öffnen. Das, das wird hochleuchtend,情ge CV, nochrencesiert. Das, das ist ja Zeit, der Gerhard. Was soll ja nicht mehr davon sehen. Dann kann ich auch, wer das HonWell occurred werden. Und wir werden mal erreicht.